So, willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Oh, ist Rex gerade umgefangen. Achso, der schläft noch. Okay, dann schauen wir mal auf dem Hof, wie weit Eier und Milch müssen wir noch sammeln. Öffnen. Da ein paar Eier, da ein paar Eier. Da, ta, ta. So, und zu machen. Das ist immer extrem interessant beim Zuschauen, ich weiß. Tut mir leid. Da, da, da. Ihr könnt ja vorspulen bei sowas. Plop, 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 plop. Da, 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 da. Aber dann, ja. so und die letzte kuh auf zu kurz schauen was die gänse und enten machen die haben nix gewächshaus noch schnell schauen was dass man ein bisschen was rein so meine felder sind immer noch nicht erntereif das werden wir wohl nicht vom jahreswechsel schaffen oder ich drüber gehe gesät feld fliegen sehen es ist ja noch nicht erntereif glaube ich zumindest jetzt hatte schon nach den äpfeln geschaut nichts gesehen uhrzeit 8 uhr 30 und ich habe eigentlich nichts mehr zu tun hallo frau fräulein liebling wollen wir ins bett gehen schön dich zu sehen wie geht es dir ich liebe unsere hühner im hühnerstall ist jetzt viel leben und die eier sind ja das glaube ich dir gut ich gehe mal ins bett hoch hoch schlafen so die nachbarn bewundern immer noch unseren tollen garten dosen milch kochen und der hahn hat auch wieder einen guten job gemacht terem tim tim so es gibt neue eier im hühnerstall ja davon bin ich überzeugt so kollege schön sie zu sehen kann ich helfen ja verraten wir die apfelmus preise lust zu handeln klar was brauchen sie die preise für den apfelmus 9 29 ok der preis geht definitiv wieder runter verkaufen wir mal die eier die milch und das war's das war's das war's das war's das war's wo unsere frau rum springt hannah hannah rex hattest du schon eine wurst da james du passt auf dass keine mäuse kommen sehr gut hannah ich gehe jetzt auf arbeit hallo hallo mhm spring spring fräulein hallo hannah h-n-a-a netz hallo süße guten morgen geht ja schön dich zu sehen was hältst du wie geht es dir von unserem leben hier mir geht es gut schatz danke ok das ist ja kurz und knapp dann hallo schnuckelchen schön dich zu sehen ich hab dich vermisst oh du hast mich vermisst du siehst so gut aus dass es mich fast sprachlos macht so dann du bist ein echter chameur oder noch die anderen zwei sätze raus posaunen liebling und dann an die arbeit hallo schatz brauchst du irgendwas schatz nein im moment nicht ich bin auf dem weg zur arbeit genieß den tag auf wiedersehen schatz tschüssi gut äh was gibt es denn heute und aufträgen repariere ein gebäude transport 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 David bleib stehen wir reden später nein wir reden jetzt ich suche nach arbeit ich bin auf der suche nach arbeit haben sie was für mich ein gebäude auf meinem hof benötigt etwas pflege was denkst du pflege für 500 ich kümmere mich drauf kann aber nicht viel kaputt sein ähm pick up schnell nehmen nein die scheune da ist ja das ganze dach im arsch das war nicht so ausgemacht kollege du heilige scheiße die brauchen ein bisschen mehr als pflege hier also also das ist der hat mich ausgenutzt so war das nicht ausgemacht hier ja gut dann hoch aufs dach mit uns verdammt verdammt und und ich separiere eines der gebäude die markierung war da eindeutig auf diesem ich werde etwas hungrig na gut dann ein ei ein gänsei ein enten und ein gänsei weiter reparatur ok innen muss auch etwas noch wo ja ordentlich eingelagert ein bisschen dach vergessen ist da nicht hoch scheiße tatsächlich fertig david bleibt stehen gibt das geld her danke hier ist etwas für dich geld her so vielen dank dann jetzt weiter er hat mich ganz schön ausgenutzt gut da 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 dah 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 dah�� pilar察 są Natürlich ist hier niemand. Weil sie jetzt alle am See sind. Aussteigen. Ich brauche Geld. Ich brauche Arbeit. Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Steve. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist es. Hier ist das Paket, das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. Transportmission. Die nächste. Auf zum nächsten See. Damm, didamm, didamm. Logen wieder da hinten. Ich bin ganz allein. Hallo. Ich suche Arbeit. Nach Arbeit. Haben sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Na klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Wupps, die wupps und wieder. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist es. Schauf sie wupps. Danke. Hier ist etwas für dich. Und weiter geht's. Wie viel Geld haben wir jetzt? 61. Michael. Ciao. Wie sieht's aus? Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Haben Sie Arbeit für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Klar. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, dann schauen wir mal. Bitte nochmal. Jawohl. Äh, bleib stehen, Steve. Kaderol. So. Paket bekommen. Ausliefern. Ich war keine 20 Sekunden weg. Yeah. Und. Ich würde sagen. Wir fahren mit dem Pickup schon mal. Zu den Gewächshäusern. Sind wir noch vor 9 Uhr morgens. Vielleicht machen wir tatsächlich die Gewächshäuser heute noch, äh, dieses Jahr. Wobei. Wir beenden erst mal die Folge. Tschüss. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.